ich schleich mich mal an wo ist hier ein lor im zaun dieser uhr nicht mehr habe schmissen scheiße ich glaube die ist runter gegangen die ist glaube ich abgeprallt das ist kein witz ich kann das noch mal auf video aufnehmen aber weil eigentlich hätte ich das ding hätte reingehen müssen die ist glaube ich irgendwie am dach oder so also was ihn immer relativ verwirrt hat wo er angefangen hat zu machen ist wenn einer unten am tower war er weiß er jetzt nur von zwei leuten gerade ja ja was ist wenn was ist wenn ich mich mit unten hinstelle wir beide machen da unten ein bisschen